Ich habe beschlossen, dir die Beichte abzunehmen. Hab Dank, Vater. So wie ich euch auf Erden schütze, möget ihr mich im Jenseits schützen. Du glaubst, er beschützt mich. Aber wer beschützt dich? Das ist Jacques Roux, der jälzornigste Priester aller Zeiten. Er war ein Extremist, sogar für Robespierre zu extremen. So schlimm die Schreckensherrschaft auch war, Roux hätte noch sehr viel schumer gewutet. Die Templer behielten Roux in der Hinterhand, falls Robespierre fiel. Wir gehen die Wachen aus, Hu. Die Assassinen wollen mir an den Kragen. Darauf zählen wir. Vertretet euch die Beine. Morgen führt ihr den Terror in eine ganz neue Richtung. Werden eurer Meister ihren Teil der Abmachung einhalten? Das tun sie immer. Einige Assassinen versuchten vergeblich, Hu zu töten. Sie wurden vermutlich verhaftet. Findet sie und bringt den Job zu Ende. Wenn die Assassinen noch leben, haben sie die Anstalt nie verlassen. Prüft die Liste der Inhaftierten und findet sie. Dann sollten wir uns bereit halten. Er ist pendigungsiger Mensch. Ha! Da muss man dann untertreiben. Er ist die Anstalt. Gehen bleiben, Berger! Gehen bleiben, Berger! Oh! Ich schlage dir den Schädel ein! Wenn Ruhe hier rauskommt, können wir... Ach scheiße, ich glaube, das ist gut gleich einer. Alles, was sie im Wunsch holen... Ah! 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 Eine Zelle! Okay, Novizen. Ein Assafine ist frei. Oh mein Gott! Das ist hier! Wir müssen auf! Wir müssen uns loswerden! Super schlimm. Das bleibt nicht ausgesinnt! Bruder, befreit mich! Öffnet meine Zelle! Ich kann euch helfen! Zwei befreit! Wenn ich noch länger hier unten bleibe, wirst du mich bald auch in eine Zelle sperren müssen. Mach auf, Frau! Du meinst doch keine Brüder! Heute keine Brüder! Hamad! Hey! Ich muss nicht erst rüberkommen und die das für sich einschlagen! Ich schlage die Haut ab! Reilung! Du flachst in den Stecken! Das müssen ist die denn zu! Warte! Wo geht die denn hin? Und die das für sich einschlagen! Ah! Ach! Oh! 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 Ich muss nicht sprechen. Komm raus, damit ich nicht sehen kann. Oh, hier. Verdammt, ne Leiche. Die Templer haben noch eine Waffe im Kampf für die Revolution verloren. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit.